Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich dachte, bevor kein Video kommt, nehme ich einfach mal ein Whole Content auf, auch wenn ich nicht der größte Fan von dieser Art von Videos bin. Vielleicht erfreut es den einen oder anderen von euch. Ich habe mir zwei kleine Pakete aus Japan bestellt und eins ist schon da und das nehmen wir mal unter die Lupe. Das erste gute Stück, was wir hier haben, ist eine Shonen Jump mit dem ersten Chapter von Temaku Cinema. Das ist die neue Serie von den Machern von Food Wars. Bis jetzt habe ich alle 15 Chapter, die es meine ich gibt, gelesen und ich muss sagen, ich mag die Geschichte schon ziemlich gerne. Und wie ihr vielleicht wisst, könnt ihr auf Jump Plus auch die Chapter lesen. Also ich würde euch raten, schaut in die Serie mal rein. Die macht echt Spaß für alle Film-Nerds da draußen, die aber auch vielleicht Leute, die eine Common-of-Age-Serie lesen möchten, die ein bisschen Action und Comedy bietet mit schönen Plot-Twisten. Dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Dann haben wir hier einen Manga und zwar vom guten Fuhe. Vom Fuhe habe ich schon einige Dojinji in meiner Sammlung, wollte mir aber auch mal sein Meisterwerk zulegen, Sukupus Supporter. Wenn ihr logisches World-Buildung mit richtig guten Zeichnungen in der 18-Bereich lesen wollt, dann macht ihr hiermit nichts falsch. Also schaut doch einfach mal rein. Der nächste Manga ist von Jorori und ist einer der besten Vanilla-Aero-Künstler, die es da draußen gibt. Ich habe wieder einmal alle Künstler unten verlinkt, solltet ihr euch also für ein Werk interessieren, schaut es einfach mal an. Und ich liebe einfach diese absolut krassen Zeichnungen von ihnen. Schaut euch alleine mal diese krasse Zeichnung an. Da können nur wenige Artists aus Java miterhalten, meiner Meinung nach. Und dieser Manga darf in keiner gut sortierten Aero-Sammlung fehlen. Welcher Manga in keiner gut sortierten Echi-Sammlung fehlen dürfte, ist der von Gentuki. Einer der wenigen Manga, die einen perfekten 69er-Prozent-Score auf Annelies bekommen haben. Und ihr wisst, da musste ich ihn einfach kaufen. Einige könnten den Manga vielleicht schon kennen. Falls ihr euch an Morsanadol, das Sukupus-Cosplayer erinnert, das basiert ja auf einer Light Novel. Und das ist so eine edgy-Comedy-Serie, wie sie im Manga beschrieben wurde. Und das ist der Manga dafür. Es passiert wirklich nie R18-Zeug. Man hat einfach ein, das ist einfach ein Vielgut-Manga meiner Meinung nach. Eine absolute Empfehlung im Edgy-Bereich, der richtig schön anzuschauen ist. Also, wenn ihr den noch nicht kennen solltet, den kann man auch wieder online auf diversen Seiten lesen. Schaut doch einfach mal rein. Und warum ich das Paket eigentlich geholt habe? Wegen diesen Oshinoko-Pop-Set. Ich mache das ja immer gerne, dass ich meine Manga-Sammlung, sage ich jetzt mal, die Sachen, die mir extrem viel bedeuten, nochmal besonders Highlighte, sage ich jetzt mal, mit Pop-Ups oder kleinen Ausstellern, die da vorstehen. Und wenn ich doch dann die Chance habe, bei Aka-Aka-Saka irgendwas zu bekommen, da habe ich mir gesagt, dann investiere ich das mal und hole mir das Pop-Set. Das Pop-Set besteht einmal aus dieser kleinen Postkarte, nenne ich es jetzt mal. Dann haben wir hier so eine kleine Leseprobe. Wie ihr sehen könnt, ist oben rechts so ein kleines Loch. Da wird ein Faden durchgemacht und das hängt dann bei den Mangas mit aus. Sollte man also reinlesen wollen, in die, sage ich jetzt mal, guten Chaptern und einen Eindruck von der Zeichnung und so bekommen, dann nimmt man meist dieses Heft und schaut da rein. Weil oftmals sind die Manga in Japan verschweißt und es gibt natürlich jetzt im gut so periodierten Buchhandlung wie Manarake, kann man da auch in die Manga selbst reinlesen. Aber oftmals ist es so, dass man dieses kleine Heft hat und da dann reingucken kann. Und das Cover ist exklusiv auch für dieses Heft gemacht. Also warum nicht? Und jetzt die beiden richtig coolen Sachen. Einmal diesen, ich nenne es jetzt mal Regaltrenner. Damit kann man die Serie highlighten. Ich habe jetzt mal die zum Spaß woanders hingestellt, damit man ungefähr einen Eindruck hat, wie das aussehen könnte im Regal. Ich finde das schön, dass man dann am Regal so einen kleinen Schriftzug von der Serie hat. Also das finde ich genial gemacht. Aber ich werde das anders präsentieren. Und das Highlight, finde ich, ist dieses große Pop. Das sieht absolut geil aus. Und damit kann man Serien so richtig schön highlighten. Ich habe die jetzt in meinen Schreinschrank gestellt, wie ihr hier sehen könnt. Ich glaube, es wird nochmal besser kommen, wenn ich das obendrauf stellen würde. Und dann die Serie so, dass man dann quasi die gute Ei im Hintergrund hat. Aber ich bin dann noch am rumtüfteln. Wenn das irgendwann mal fertig ist, dieses Zimmer, dass ich zufrieden damit bin, dann zeige ich natürlich das Endresultat. Das war so die kleine Haul. Und dann noch eine kleine Ankündigung. Ich werde auf der Animagic sein. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch. Ich werde zu 100% bei dem Rising of the Shield Hero Events da sein. Das interessiert mich da am meisten. Und vielleicht sehen wir uns ja dann. Dann danke fürs Zuhören und bis dann.